Die Autorität eines Staates über sein Volk beruht auf seine Kriegsacht. Heute geht es Öl, Brauch und Wasser. Das sind die Königsdisziplinen des Geschäftemachens, Waffen, Öl und Drogen. Wir können nur weiterhelfen, wenn die Welt in Flammen steht. Aber damit es funktioniert, dürfen die Menschen das nicht wissen. Wir haben spezielle Auflöser erschaffen, den Anschlag auf das World Trade Center, den Anschlag auf die Londoner Eurobahn und unsere Verrichtungswaffen. Furcht ist die Rechtfertigung, Furcht ist Kontrolle. Furcht ist Kontrolle. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!